Servus, ich habe die Ehre und willkommen. Corona Homeworkout wird Tag 3. Heute mit Coach Dieter. Ich habe euer Bein-Workout zusammengestellt. Ihr habt es schon gemacht. Es ist ca. 15 Minuten, so dass ihr hier instellen könnt. Es sind 20 Squats, Air Squats, 20 Alternating Lunges Backwards, 20 Jumping Lunges und 10 Jumping Squats. Das ganze machen wir 5 Runden. Wir machen jede Runde fertig, Minute Pause und die nächste. So, das ganze sieht so aus. 20 Erstquats, dann Lunges Backwards, 20 insgesamt. Dann machen wir gleich angliessen. 20 Jumping Lunges Lücken, also Arm mitnehmen, klingelt Schwung und angliessen 10. Squat, Jumps, schon tief Arme, Minute Pause. Okay, Finisher. Wir brauchen eine Box oder einen Stuhl, die Stuhl, die hier wieder an. Dann machen wir 10 Wiederholungen. Dann kommen wir in die Plank Position. Dann machen wir leckere Schulter, rechte Schulter, Füße, Arme, Burpee. Dann machen wir Uff, Box, Schulter, Schulter, Burpee. 10 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 4 Runden. Wir machen Videos. Wir machen Posts. Wir möchten ein paar Gummibeine, Puddingbeine sehen. Wir machen ein Hashtag LendlichCrossfit. Daumen hoch.